Die Rohr-Spezialfahrzeuge GmbH hat ihren Sitz hier in Straubing in Niederbayern. Das Unternehmen wurde 1850 als Schmiede gegründet. Unser Hauptproduktprogramm umfasst Kühlfahrzeuge, Mineralöltankfahrzeuge, Flugzeugbetankungsfahrzeuge sowie Militärtankfahrzeuge, die exakt auf die Kunden- und Anwenderbedürfnisse abgestimmt sind. Rohr macht aus, dass wir wirklich sehr individuell bauen, wirklich auf die Kundenwünsche eingehen. Und das ist, glaube ich, nicht überall am Markt so üblich. Die Produktion bei Rohr unterteilt sie in zwei Produktionslinien. Beim Tankfahrzeugbau ist der erste Schritt, den Kessel zu bauen. Wenn der Kessel gebaut ist, wird das Fahrzeug kompletiert. Der Tank wird aufgesetzt, alle Anbauteile inklusive Verrohrung wird fertig gemacht. Geht nach der Endmontage über diverse Prüfstände. Die Fahrzeuge werden geeicht und Kunden fertig gemacht. Der Kühlfahrzeugbau unterteilt sich in mehrere Vorbereitungsschritte. Der erste Schritt ist der Rahmenbau. Der Rahmen wird separat am LKW angepasst. Der zweite Schritt ist, den Koffer zu kompletieren. Und der dritte ist, das Fahrzeug zusammenzuführen und den Kunden auszugeben. Die persönliche Übergabe hier vor Ort an den Kunden ist wichtig, weil sie hier wirklich direkt vor Ort ganz speziell auf ihr Fahrzeug diese spezielle Schulung und Einweisung kriegen. Wenn irgendwas ist, können wir natürlich schnell reagieren, den Kunden dann zufriedenzustellen. Die individuellen Fahrzeuge, die wir produzieren, werden von den Anwendern, also von den Fahrern, sehr geschätzt. Das ist in dem umkämpften Arbeitsmarkt ein entscheidender Vorteil für die Kunden, auch tatsächlich die Fahrer noch zu bekommen. Und ein weiteres wichtiges Plus ist, dass unsere Fahrzeuge auch entsprechend hohe Wertbeständigkeit haben. Stehzeiten kosten Geld. Und das wollen wir natürlich nicht und der Kunde schon gar nicht. Wir haben auch einen 24-Stunden-Service. Also wenn der Kunde uns braucht, dann sind wir auf jeden Fall vor Ort, beziehungsweise zur Verfügung. Der persönliche Kontakt ist wichtig, der langjährige Kontakt ist wichtig. Der kam auch zustande durch die hohe Fachkompetenz. Es wurden viele Fragen gestellt, auch Sonderlösungen, kundenorientiert wurden angefragt und wir wurden diesbezüglich nie enttäuscht. Die Fahrzeuge laufen, funktionieren, die Reparaturkosten sind sehr, sehr gering, wenn nicht gleich auf Null. Und wir sind überzeugt davon, dass das System läuft. Und dann keine Schwierigkeiten. Das Besondere an der Firma Roy ist, dass wir ein familiäres Verhältnis haben. Jeder ist anders und das macht die Sache sehr interessant. Und ja, auch aufregend manchmal. Dann geht man auch gerne über Arbeit. Schlussendlich sind wir darauf angewiesen, dass jeder Mitarbeiter seine Stärken für das Unternehmen, für das Produkt, für unsere Kunden entsprechend einsetzt. Ein ganz großes Kapital unserer Firma sind die Mitarbeiter, die sind sehr, sehr langjährig bei uns. Und das ist sicherlich etwas, was uns auch auszeichnet.